So, wir stellen jetzt gerade die Kamera ein hier für den O-Ton. Thomas ist hier schon dran an der Technik. Hier, ich zeig's das mal gerade. Der ist an der Technik. Der macht jetzt hier gerade die Technik klar. Und im Hintergrund bauen sie schon das VIP-Zelt auf. Nein, nicht das Bier-Zelt, sondern das VIP-Zelt. Und wir üben gerade für meine französische Moderation. Wir machen natürlich heute natürlich in mehreren Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch. Und da muss ich jetzt gerade mal, ich kann mich gar kein Französisch, aber da muss ich so anhören als wie, wenn. Bonjour, messieurs, mesdames, le soleil, un petit paguette et croissant, l'allemand et belgique et française. C'est un le soleil, perfekt. So hört sich das an. Wenn ich hier, oh stimmt, mein Akku geht leer. Also, meld mich nachher nochmal mit dem Videotagebuch aus der Bourgogne. Nicht Bolognese, das ist hier die Bourgogne. Und ganz viele Boote sind hier. Wir sind nämlich heute mal nicht Flying Media, sondern Cruising Media. Und auf Französisch, äh, weiß ich nicht. Tschüss.